Je weniger Spiegel man in einem Pedal hat, wenn man mit dem Schuh draufsteht und eingeklickt ist, umso genauer und exakter muss natürlich die Pedalplattenposition auf dem Schuh eingestellt sein. Spezielle E-Bike-Schuhe haben wir auch noch im Programm. Das muss man sich noch erklären. Spezielle E-Bike-Schuhe, was ist an denen besonders? Was unterscheidet ein E-Bike-Schuhe von einem Bikeschuh? Die Frage bekommen wir tatsächlich sehr, sehr oft gestellt. Herzlich Willkommen zum Nerd Talk, dem Format, in dem wir über Technik und Technologien sprechen. Und zwar so detailliert, dass am Ende nach Möglichkeit keine Fragen offen bleiben. Mein Name ist Sebastian und ich freue mich heute auf ein sehr basic Thema, denn wir reden über etwas, das ihr auch garantiert in eurem Fahrrad habt, denn es geht um Pedale und später auch noch um Fahrradschuhe. Und das klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas banal, aber das Thema ist sehr facettenreich. Und deswegen habe ich neben mir jemanden sitzen, der uns jetzt quasi in die Welt der Pedale entführt. Herzlich Willkommen, Philipp. Ja, hallo Sebastian. Philipp, du hast vor dir schon wahnsinnig viele Pedale ausgebreitet und man sieht schon, dass es da viel zu besprechen gibt. Aber sag mir doch erstmal, warum sind Pedale denn überhaupt so wichtig? Na gut, Pedale sind ähnlich wichtig wie der Reifen oder Lenker am Fahrrad. Ohne diese Bauteile kann ein Fahrrad nicht gefahren werden. Pedale ist mit den Lenkergriffen zusammen die Kontaktfläche zum Fahrrad erstmal, Sattel natürlich da auch inkludiert. Auf dem Pedal steht man erstmal drauf auf dem Fahrrad. Man tritt über die Pedale, bringt die Kraftübertragung ins Fahrrad ein. Wenn man dann natürlich in den fahrtechnischen Bereich reingeht oder in den Leistungssport, ist das natürlich auch noch ein viel größeres Instrumentenpedal, mit dem man gezielter das Fahrrad kontrollierter lenkt und einfach die Kraftsteuerung darüber in den Antrieb einbringt. Wir sehen jetzt hier vor dir, die Pedale liegen von ganz klein bis ganz groß. Warum gibt es denn überhaupt so viele verschiedene Modelle und Arten von Pedalen? Wird da nicht auch irgendein Standardpedal ausreichen? Wenn man zum Bäcker fährt, reicht sicherlich das Standardpedal aus. Die Frage ist, was ist heutzutage ein Standardpedal? Fahrradfahren hat sich in so viele verschiedene Bereiche entwickelt. Wir fahren seit Jahrzehnten Rennrad, wir fahren seit Jahrzehnten Mountainbike. Es ist das Gravelrad dazugekommen, allein das Segment. Mountainbike und Gravel sind in so viele verschiedene Sparten unterteilt, dass man einfach sagen muss, das eine Pedal, das für Berghochfahren gut ist, für Weight Venis, für die Racer im Cross-Country-Mountainbike-Bereich zum Beispiel, kann nicht das gleich gute Pedal sein für einen, der mit dem Lift nach oben fährt und dann hauptsächlich so schnell wie möglich nach unten kommen will, dem Berg. Und da haben sich verschiedene Anforderungen an Pedale gestellt und dem haben sich Pedalhersteller angenommen, ganz zuerst natürlich Shimano mit ganz vielen verschiedenen Modellen, um einfach die verschiedenen Bereiche abzudecken. Du hast gesagt, das Pedal ist quasi die Verbindung von Mensch und Maschine, von Mensch und Fahrrad. Diese Verbindung kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt Systeme, bei denen man mit dem Pedal fest verbunden ist. Es gibt natürlich so ganz normale Pedale, wo man einfach nur draufsteht. Du hast ja von allen etwas mitgebracht. Kannst du mir mal sagen, wie ich denn mit dem Fahrrad verbunden sein kann, je nachdem, welches Pedal ich fahre? Das können wir von ganz unten anfangen. Ich habe gerade eben schon gesagt, man kann mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren. Ich denke, das machen wir wohl alle in unserem Alltag. Da sind wir bei ganz einfachen Pedalen unterwegs, zum Beispiel bei unserem PDF-205. Das ist ein großes Alu-Pedal, eine große Trittfläche, geschlossene Trittfläche mit viel Grip. Das ist ein Pedal, wo man einfach mit dem Schuh draufsteht und ganz entspannt fahren kann. Man hat insofern ein bisschen mehr Halt, weil man die Gripfläche hat. Da greift die Sohle schön drauf. Aber natürlich kann man auf dem Pedal nicht sportlich fahren, indem man das Fahrrad steuert, wenn man die Hacken hochzieht und das Pedal dann damit, das Fahrrad damit beherrschen will. Bisschen anders ist es dann in dem Bereich, wenn man auf die richtigen Flat Pedals geht. Zum Beispiel unser PDGR 400. Das ist ein Pedal, sagt der Name schon, im GR-Pedal-Name steht der Begriff Gravity, kodiert. Es ist ein Pedal, das für den Bergabbereich gemacht ist, fürs All-Mountain-Fahren, Trail-Fahren, Enduro-Fahren, Downhill-Fahren. Das geht dann in diese Richtung schon wieder mehr. Zeichnet sich durch eine große Standfläche aus und natürlich anders zu dem City-Tracking-Rad-Pedal von gerade eben. Wir haben hier deutlich mehr Grip mit den eingeschraubten Pins. In dem Fall haben wir sehr viel Grip mit 6 mm rausstehenden Pins, die auch auswechselbar sind, mit auswechselbaren Bushings und Lagern, weil so ein Pedal natürlich auch andersweitig noch belastet wird. Genau und idealerweise fahre ich dann den passenden Schuh dazu, da kommen wir dann später drauf. Aber das ist ja etwas, was uns heute begleiten wird. Schuh und Pedal müssen zusammen passen, nicht nur bei den Pins, sondern auch bei anderen Systemen. Und da muss man halt gucken, oder wenn man beides passend zueinander hat, dann hat man die optimale Kontrolle und Kraftübertragung wahrscheinlich. Genau, das ist das Schöne wie bei Shimano. Wir haben Schuhe und Pedale im Sortiment. Shimano hat nicht die Pedale auf der einen Seite entwickelt und die Schuhe auf der anderen Seite, sondern da geht die Entwicklung Hand in Hand. Man schaut immer bei Shimano, dass der rennlastige Mountainbike-Schuh, ein Cross-Country-Rennschuh, auch natürlich zu einem Cross-Country-Pedal passt. Von dem, wie man nachher auf dem Pedal steht. Ähnlich ist es dann auch mit den Gravity-Schuhen und Gravity-Pedalen. Die Pins sind so angeordnet und der Schuh ist so dazu entwickelt worden, dass tatsächlich die Pins nachher optimal in die Sohle greifen. Also nicht nur irgendwie in die Gummisohle reinfassen, reingreifen, sondern wirklich auch auf die Profilierung und in die Profilierung der Schuhsohle passen. Aber dazu haben wir ja später noch den Timo zu Besuch. Genau, der wird uns dann alles über Schuhe erklären. Und vielleicht, um das noch kurz zu sagen, man muss natürlich keine Shimano-Schuhe haben, um mit Shimano-Pedalen fahren zu können. Du hast eben das ganz normale Standard-Flat-Pedal gezeigt. Also da kann man ja mit jedem Schuh drauf und rutscht nicht ab. Da kann man auch mit Flip-Flops drauf oder mit Gummistiefeln. Also das muss nicht sein, aber wenn man halt ein bisschen mehr rausholen möchte, dann sollte man auf die Kombination natürlich setzen. Genau, richtig. Das gibt die optimale Kombination, wenn man von dem Pedalhersteller Shimano die Shimano-Schuhe fährt. Geht ja auch so weit, dass es nicht nur den Flat-Pedal-Bereich, den Gravity-Bereich gibt. Ganz blöd gesagt, wenn man jetzt ein SBDSL-Road-Pedal von uns hat und man fährt einen Mountainbike-Schuh, das wird zum Beispiel einfach nicht funktionieren. Man hat ein sehr hochwertiges Straßenpedal, man hat einen sehr hochwertigen Rennschuh. Das wird nicht zueinander passen, weil die Verbindung halt nicht passt, weil wir unterschiedliche Klicksysteme haben. Und da sind wir ja auch bei dem Punkt, fahre ich Straße, brauche ich wieder ganz andere Pedale, wie zum Beispiel im Gelände, was wir gerade eben gesagt haben, im Gravity-Bereich, im Cross-Country-Bereich oder im Gravel-Bereich. Das könntest du mir jetzt hier mal zeigen, wenn du es gerade schon in der Hand hast, die verschiedenen Clits heißen die, die dann quasi das Pedal mit dem Schuh verbinden. Denn da gibt es SPD-SL, das ist dann Rennrad-Bereich, und es gibt SPD, das sind dann die etwas kleineren Schuhplatten. Genau. Eingebürgert hat sich das so, dass das SPD-Pedal, also der SPD-Clicker-Schuhplatte-Klid, man hat da sehr viele Bezeichnungen für gefunden über die Jahre, sind diese kleinen Metallblättchen, die man sich dann unten an die Schuhe schraubt, mit zwei Schrauben befestigt, meistens an Schuhen dran mit profilierter Sohle, weil sie eben im Geländeeinsatz oder im Alltagsbereich zum Tragen kommen, wo man mit dem Schuh auch mal laufen muss, wo man mit dem Schuh unterwegs ist und dann auch nicht nur auf ebenem Untergrund und deswegen auf geländegängiger Sohle. Die kleinen Klicker, sehr haltbar, sehr festes Material. Und die sind dann immer in der Kombination eben mit den SPD-Clicksystemen, wie wir es jetzt hier sehen, aus dem Mountainbike-Bereich, beim PDM 9120 XDR Trail-Pedal, hat man den großen Metallkäfig, wo dann nachher die Pedalplatten eingeklickt werden. Einmal das, dann haben wir die deutlich größeren Pedalplatten aus dem Road-Bereich für die Rennradpedale, das wäre das SMS H11, das ist der Standard-Klicker für den Straßenbereich mit der gelben Markierung, 6 Grad Spiel im Pedal. Da kommt dann auf jeden Fall jeder mit zurecht, schön eingestellt, hat man noch ein bisschen Bewegungsfreiheit, damit man nicht ganz starr auf dem Pedal sitzt. Es gibt aber auch die Varianten mit der blauen Markierung und der roten Markierung, SMS H12 und SMS H10, mit 2% Spiel oder mit 0% Grad Spiel, nicht Prozent, sondern Grad im Pedal Bewegungsfreiheit, je nachdem, ob man halt doch ein bisschen fester stehen will als auf der gelben Pedalplatte oder richtig fest mit der roten Pedalplatte. Das heißt, das Gelbe ist dann so für Einsteiger vielleicht, die auf das System auch wechseln erstmal, vielleicht dann besser zu benutzen als so die rote Platten, die dann halt wirklich sehr, sehr wenig Spiel bieten. So kann man das sicherlich für allgemeinert sagen. Ich glaube tatsächlich, die Zahlen auf dem Markt zeigen, dass die gelbe Pedalplatte ist die Nummer 1 mit Abstand. Je weniger Spiel man in einem Pedal hat, wenn man mit dem Schuh draufsteht und eingeklickt ist, umso genauer und exakter muss natürlich die Pedalplattenposition auf dem Schuh eingestellt sein, was natürlich mit sehr viel Erfahrung einhergeht. Oder man lässt sich in die Richtung einfach beraten über ein Bikefitting, über ein Pedal-Clean-Einstellung, was auch dann immer mit meinem Bikefitter passiert. Ich würde wirklich sagen, 0 Grad Bewegungsfreiheit ist schon wirklich was für Experten auf dem Fahrrad, für Profis, die das seit sehr vielen Jahren machen und die wirklich wissen, wie muss die Pedalplatte stehen. Alle anderen sind wirklich bei Blau und Gelb da deutlich besser aufgehoben. Genau und das kann man auch sagen, mit den SPD-SL-Schuhplatten lässt es sich tatsächlich relativ schlecht laufen, weil ja auch die Rennradschuhe dann meistens eine sehr steife Sohle haben und man sieht es ja immer, wenn man halt irgendwo sitzt und da kommt eine Rennradgruppe bei einer Ausfahrt und starkst dann in die Eisdiele rein. Also wenn man auch ein paar Meter zu Fuß bewältigen will, dann geht das, aber wenn es mehr ist und man auch einfach längere Strecken läuft, dann taugt das wirklich relativ wenig. Genau, es ist ja so, wir nehmen jetzt einfach meine Hand als Schuh, die Pedalplatte oder die Schuhsohle beim Rennradschuh ist glatt, die Pedalplatte sitzt quasi wirklich außen auf und man wälzt beim Laufen immer über die Pedalplatte drüber, führt beim Laufen auch zu einem deutlich höheren Verschleiß der Pedalplatte und es ist ein Rennradschuh, der ist wirklich dafür gemacht quasi aus dem Auto auszusteigen, das Fahrrad vom Dachträger zu nehmen, aufs Fahrrad draufzusetzen oder eben aus der Wohnung, aus dem Haus raus, aufs Fahrrad. Man fährt seine Runde, kommt wieder, zwischendurch bei der Eisdiele, die paar Meter zum Ausschank, funktioniert das sicherlich ganz gut. Dafür ist die Pedalplatte, die macht das auch mit, das ist nicht das Problem, aber man sollte jetzt tatsächlich vermeiden, irgendwie in den Wald reinzufahren und doch zu merken, die Straße hat sich in einen Trail verwandelt und ich muss jetzt irgendwelche Felsen hoch und runter tragen. Dafür sind dann die Rotpedalplatten, tatsächlich SPD-SL-Platten, nicht mehr gemacht. Dafür, wie gesagt, gibt es die Mountainbike-Systeme mit den SPD-Platten, die ja dann auch in der Sohle verschwinden, wirklich in der profilierten Sohle verschwinden. Man hört die SPD-Platten im Normalfall beim Laufen auch nicht. Wenn man die SPD-Platten irgendwann beim Laufen wirklich ganz deutlich hört und man merkt und man läuft mit dem Schuh auf der Pedalplatte, dann ist der Schuh meistens schon deutlich älter und die Sohle ist dann auch nochmal abgelaufen. Und damit verschleißt dann auch die Pedalplatte irgendwann hier deutlich schneller. Viele haben ja ein bisschen Sorge und Befürchtung, wenn sie wechseln von einem Flatpedal auf ein Klick-System, dass man sich nicht rechtzeitig ausklicken kann, wenn man zum Stehen kommt. Ist auch jedem schon passiert, oder fast jedem. Aber man kann natürlich auch die Spannung, mit der die Schuhplatte in dem Pedal feststeckt quasi, kann man einstellen und auch die Auslösekraft, die man benötigt, um rauszukommen. Gott sei Dank ja. Aber du hast es schon gesagt, der Umstieg ist am Anfang immer ein bisschen spannend. Ich glaube, das ist eine der absoluten Klassiker-Geschichten beim Fahrradbereich, ob das dann Rennsport ist oder das legere Dahinrollen und Tourenfahren. Der klassische Einstieg ist wirklich das Flatpedal. Da fängt jeder drauf an, das Fahrrad zu fahren als Kind oder später, wenn das Fahrrad einfach mit so einem Pedal ausgeliefert wird. Das Neurad, wenn es aus der Garage das erste Mal geschoben wird. Irgendwann fährt man ein bisschen mehr, man fährt ein bisschen sportlicher. Man merkt gerne mal über die Zeit, ich brauche irgendwie mehr Verbindung zu meinem Fahrrad. Ob dann der Gedanke dahinter ist, eine Bestzeit berghoch erholen zu wollen, die Bestzeit bergrunter oder wirklich dieser fahrtechnische Aspekt oder wirklich einfach nur mal sagt, ich hätte gerne die Verbindung zum Rad mehr, ist erst mal komplett egal. Bei sehr, sehr vielen Leuten, die regelmäßig Fahrrad fahren, entsteht irgendwann dieses Bedürfnis, ich brauche mehr Kontakt, ich brauche mehr Halt auf meinem Fahrrad. Und dann kommt das Klickpedal ins Spiel. Und natürlich ist es so, es ist eine feste Verbindung. Man sitzt mit dem Schuh und der Pedal wird eingeklickt im Pedal. Und wie gerade eben schon erwähnt, es ist die Klassiker-Geschichte. Man fährt, man hält an der ersten Ampel an, man ist natürlich in dem Modus drin, ich kann jederzeit den Fuß einfach vom Pedal nehmen. Das funktioniert dann so einfach nicht. Und jeder kennt das, dann kippt halt einer aus der Gruppe mal um oder man kann sich dann noch irgendwie am Geländer oder an der Ampel festhalten. Passiert ist nicht schlimm, das hat jeder mitgemacht. Ich glaube, da können auch die ganz großen Rennfahrer von berichten. Es gibt aber auch da die Möglichkeit, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Und einfach in der Anfangszeit, wenn man auf Klickpedale umgestiegen ist, sich da den Einstieg und vor allem den Ausstieg einfacher zu machen. Man hat bei den SPD- und bei den SPD-SL-Pedalen immer die Einstellschrauben im hinteren Bereich, über die man quasi die Federvorspannung vom Klickmechanismus stärker macht oder weniger stark macht. Und damit ist der Einstieg und der Ausstieg dann deutlich einfacher gegeben. Und was es auch gibt für Leute, die sagen, naja, ich fahre teilweise sportiv und möchte mit Klickpedalen fahren, aber nicht immer. Das finde ich ganz toll. Die habe ich nämlich an meinem Rad. Es gibt so, ich weiß gar nicht, wie sie offiziell heißen, so Kombipedale, die auf der einen Seite ein Klicksystem haben oder auf der anderen Seite aber ein ganz normales Pedal, eine ganz normale Pedaloberfläche haben. Und dann kann man die nämlich fahren mit ganz normalen Schuhen oder man kann sie auch noch einklicken, je nachdem, welches Paar Schuhe man gerade anhat. Genau. Das ist für den Einsatzzweck, wie du ihn beschrieben hast, genau richtig. Ich fahre ein bisschen sportlich Rad. Ich fahre aber mein Rad auch ganz normal mal irgendwie ganz entspannt durch die Stadt. Ich bin mit dem Rad irgendwo hin unterwegs. Ich fahre mit dem Rad ins Kino, ins Freibad, wo ich jetzt einfach meinen Rennschuh, meinen Tourenschuh nicht brauche. Haben wir hier ein, zwei Modelle mit dabei. Unseren absoluten Klassiker, also einen jüngeren Klassiker, das PDE H500, ist so ein Kombipedal. Auf der einen Seite kann ich einklicken und auf der anderen Seite habe ich eine richtig große, schöne Standfläche. Das PDE H500 hat jetzt standardmäßig nicht die Pins mit drin, kann aber damit ausgestattet werden. Ist ein Zubehörartikel. Ein weiterer Klassiker, den es schon ein paar Jährchen mehr gibt, ist das PDT 8000, ist das XT Trackingradpedal. Wir haben die gleiche Lagerungstechnik wie bei den XT Mountainbikepedalen. Sehr hochwertig, komplett gedichtete und hier drin geschonte Lagerung. Eine Seite zum Klicken und die andere Seite wirklich schöne, griffige Fläche mit den Pins drin für den normalen Schuh. Und, weil es ein Trackingradpedal ist, ganz wichtig sind die Reflektoren mit. Und dann auch verkehrssicher. Und damit verkehrssicher. Genau. Du hast jetzt MTB-Pedale, Tracking-Pedale, Rennradpedale, aber so wie es aussieht, scheinen die ja alle an der Seite gleich zu sein. Das heißt, ich muss jetzt keine Angst haben, dass ich mir ein falsches Pedal kaufe. Also, wenn ich eins sehe aus dem Mountainbike-Bereich und ich das gerne an meinem Gravelrad, dann passt das. Du kannst dein Downhiller theoretisch mit dem Rennradpedal fahren. Ob das Sinn macht, sei mal dahingestellt. Dem Einsatzzweck wird es dann natürlich nicht entsprechen, so wie es gedacht ist. Die Gewinde sind soweit gleich. Es gibt im Fahrradbereich eine kleine Ausnahme. Kann ich tatsächlich nicht ganz so viel zu sagen. Es gibt die kleineren BMX-Gewinde von irgendwelchen dreiteiligen Kurbeln. Damit haben wir aber in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, tatsächlich nichts zu tun. Ist eine ganz kleine Ausnahme, glaube ich, wird man, wenn man in den Fachhandel reingeht und an die Pedalwand geht, wird man so ein Pedal vielleicht bei einem von 100 Händlern noch finden. Okay, das heißt, ich kann mich auch aus anderen Kategorien bedienen, wenn mir das Pedal gefällt. Was wir natürlich eben schon angesprochen haben, der Schuh muss natürlich zum Pedal passen. Also egal, welches ich nehme, da sind wir dann wieder beim Thema Schuhe. Also da muss das System dann natürlich passen. Wenn ich jetzt gerade noch die Rennradpedale sehe, die sehen ja sich relativ ähnlich. Wenn ich dann aber gucke, was Rennradpedale von Shimano kosten, gibt es da eine sehr, sehr große Preisspanne. Ob ich mich jetzt bei einem 105er-Pedal bediene oder doch eins aus der Dura-Ace-Serie nehmen möchte. Wie gesagt, optisch relativ ähnlich. Woher kommt dann der Preisunterschied? Ja, das ist ein interessantes Thema. Fahren kann man mit jedem Pedal. Dann kommt immer der Anspruch dazu, was will man damit machen. Ein ganz großes Thema im Fahrradbereich ist auf jeden Fall immer das Gewicht. Wenn man ein geringes Gewicht bei Pedalen erzielen will, muss man sehr an der Materialschraube drehen. Man muss ein sehr leichtes Material finden, aus dem man ein Pedal bauen kann erstmal. Es gibt sicherlich noch leichtere Materialien zur Auswahl, die sich aber für Pedale zum Beispiel nicht eignen. Wir haben hier das PDR 550 und das Dura-Ace-Pedal, das PDR 9100. Wir haben hier einfach Pedale, die nachher im Set ungefähr etwas knapp über 100 Gramm auseinander liegen. Und dann einfach sich auch in ganz großen Teilen der Lagerungstechnik einfach unterscheiden und in der Materialauswahl. Es ist so, wir haben beim Dura-Ace-Pedal einen kompletten Carbonkörper und das PDR 550 ist zum Beispiel ein Kunststoffkörper. Es hat die deutlich einfacheren Materialien gewählt, zum Beispiel von der Verschraubung bei der Lagerungstechnik. Da sind wir hier auf dem Kunststoff und wir sind hier ganz normal auf einer Aluhilse zum Beispiel. Und es ist natürlich so, die Lagerung im Inneren ist deutlich hochwertiger. Oder sprich, wir haben bei der Dura-Ace-Serie grundsätzlich bei Lagerungen immer deutlich höherwertige Materialien für die Lagerung. Mehrfach poliert, mehrfach abgeschliffen, beschichtete Lagerflächen und, 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 und. Was dann im Zweifelsfall noch das eine oder andere Watt dann mir vielleicht erspart beim Treten. Also für Leute, die dann wirklich auf Leistung aussehen, für die kann sich das dann wirklich lohnen, da ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Genau, es geht immer darum, wenn man, also den Preis, den man bezahlt, bezahlt man wirklich für eine aufwendige Entwicklung eines Produkts, weil einfach mehr Hirnschmalz reingesteckt werden muss von Herstellerseite aus. Man bezahlt natürlich die höhere Materialkosten und man hat nachher einfach das leichtere Gewicht und die bessere Performance von dem Bauteil und damit natürlich am Ende deutlich mehr Fahrspaß beim Fahren oder das bessere Ergebnis, wenn es in den Rennsportbereich reingeht. Wenn ich jetzt für mich das perfekte Pedal gefunden habe, habe das an meinem Rad und fahre damit, wie sieht es mit Verschleiß aus? Muss ein Pedal gewartet werden? Muss ein Pedal irgendwann ausgetauscht werden? Und wie erkenne ich, wenn ich mich mal darum kümmern sollte? Ganz klare Verschleißhinweise, Merkmale beim Pedal ist über viele, viele Jahre hinweg natürlich. Natürlich verschleißt ein Pedalkörper, man steht auf dem Pedalkörper auf und man ist eingeklickt, man hat da drin Bewegung, es ist immer ein bisschen Schmutz dabei, sprich Pedalkörperformen, die wird immer mal ein bisschen weniger werden, die wird abbauen über die Zeit. Man wird je nachdem, was man für einen Pedal fährt, nach mehr oder viel mehr Jahren irgendwann mal feststellen, dass zum Beispiel die Lager irgendwann mal ein bisschen schlechter laufen, im schlechtesten Fall tatsächlich auch mal Spiel bekommen, was bei den Shimano-Pedalen aus meiner eigenen Erfahrung tatsächlich nicht stattfindet. Das Gute ist aber bei den Shimano-Systemen, es gibt alles als Ersatzteil für die Pedale und man kann jedes Pedal öffnen und warten. Das heißt, wenn es da ein bisschen klackern sollte oder schwergängig ist oder so, dann am besten zum Händler und der muss dann nicht das ganze Pedal austauschen, sondern kann dann wirklich die Teile, die es betrifft, dann ersetzen. Genau, also wenn man mal ein Lura-S-Pedal zum Klackern oder zum Schwerlaufen hinbekommt, was tatsächlich eine Lebensaufgabe werden kann, dann kann man das komplett zum Fachhändler bringen, warten lassen, wer sich das Schrauber sicherlich auch daheim machen. Man braucht ein bisschen Werkzeug, man braucht einen Schraubstock, man braucht die Tools dafür, aufmachen, fetten, sauber machen, fetten, einstellen, wieder zusammenschrauben. Genau, Thema Werkzeug noch, um Pedal zu tauschen, braucht man natürlich kein Spezialwerkzeug, da braucht man einen Schlüssel und dann kann man auch zu Hause natürlich Pedale tauschen zumindest. Genau, der Pedaltausch an sich ist relativ einfach. Wir haben im Großen und Ganzen bei Shimano brauchen wir zum Pedalwechsel maximal drei Werkzeuge. Wir haben den 6er-Imbusschlüssel, wir haben den 8er-Imbusschlüssel. Man kann ganz grob sagen, je hochwertiger das Pedal, desto eher kommt der 8er zum Einsatz, je günstiger das Pedal, kommt der 6mm-Imbuss zum Einsatz. Und das sind einfach die Varianten, wo man das Pedal über die Pedalachse von der Rückseite einschraubt in die Kurbel. Und dann hat man ganz klassisch die Aufnahme bei den normalen Pedalen hier für den 15mm-Musschlüssel. Ein breiter 15mm-Musschlüssel wird hier auf die Auflage nicht reichen, dafür gibt es einen speziellen Pedalschlüssel. Aber das hat mittlerweile auch jeder versierte Fahrradfahrer irgendwie daheim. Und im Zweifelsfall, oder wenn man das Werkzeug nicht hat, Pedale nicht aufbekommt oder es einfach nicht machen will, ist ganz klar der Gang zum Händler immer die erste Wahl. Top! Ja, dann vielen Dank für den Ausflug in die Welt der Pedale. Ich finde es super spannend, auch dass man sich wirklich aus allen Bereichen quasi bedienen kann. Und wahrscheinlich ist es gar nicht einfach für sich, das perfekte Pedal zu finden, weil die Auswahl doch relativ groß ist. Weißt du aus dem Stand, wie viele Pedale von Shimano es gibt ungefähr? Modelle? Ja, es geht schon so in die 25, 30 verschiedene Modelle. Okay. Es sind schon sehr, sehr viele. Wie gesagt, Shimano deckt eigentlich jeden Bereich ab. Wir haben wirklich vom Rennsportpedal, das ja jetzt ganz jüngst erst wieder den Weltmeistertitel auf der Straße mit Mathieu van der Poel eingefahren hat, das Pedal im Programm. Und es geht hin bis zum Bäckerei-Pedal und ja, weiter bis zum BMX-Pedal. Genau, also da kann man sich in Ruhe durchtesten. Das kann man sogar virtuell machen, denn es gibt auf der Shimano-Website den sogenannten Schuhpedal-Selektor. Und da kann man mal seine Vorlieben angeben, wie man fährt, was man fährt, Road oder MTB, ob man ein Klicksystem möchte oder kein Klicksystem. Und die Webseite macht dann Vorschläge, was das perfekte Pedal und der passende Schuh dann für euch sein könnte. Also das lohnt sich, weil da kann man auf jeden Fall schon mal eine Vorauswahl treffen. Und ansonsten, wie bei Schuhen, die man Probe tragen sollte, die natürlich auch bei Pedalen am besten einfach mal ausprobieren, ob sie zu einem passen und zu dem, was man benötigt. Und dann findet man garantiert auch das passende Pedal. Genau, so ist es. Genau, also wenn du jetzt nichts mehr zum Thema Pedale hast, dann würde ich mich bei dir herzlich bedanken. Und wir machen dann gleich den Sprung. Also du bist auf dem Sprung und dann kommt Timo, dein Kollege, und der ist für die Schuhe das, was du für die Pedale bist. Und dann gehen wir dann von Pedal zu den Schuhen und er erklärt uns, was man da so beachten muss. Das machen wir so. Ich danke dafür, dass ich da sein durfte. Danke dir. Ja. So, jetzt haben wir vom Philipp alles erfahren, was die Pedale angeht. Jetzt wird es Zeit, weiterzugehen, nämlich zu den Schuhen. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen umgeräumt. Die Pedale sind weg vom Tisch und dafür stehen jetzt drei ganz verschiedene Fahrradschuhe hier auf dem Tisch. Und neben mir sitzt der Timo bei uns im Haus zuständig für die Schuhe. Hallo Timo. Hi Sebastian, grüß dich. Cool, dass du da bist, denn ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Schuhe klingt für mich erstmal nach einem etwas drögen Thema, ist es aber gar nicht. Denn wir sehen es hier schon auf dem Tisch, die Schuhe sind komplett verschieden. Und du führst uns jetzt mal durch die verschiedenen Kategorien wie Road, wie MTB, wie auch Gravel und Lifestyle. Und zeigst uns aber auch die verschiedenen Technologien an den Schuhen. Genau. Wie du jetzt gerade schon gesagt hast, haben wir bei den Schuhen ganz arg viele Kategorien. Du hast ja jetzt angesprochen gehabt Road, MTB. Und wir haben aber auch Gravel-Schuhe in unserem Line-Up. Dann spezielle Touring-Schuhe und auch E-Bike-Schuhe. Also das Portfolio ist bunt gemischt bei uns. Und für jede Nische haben wir auch den passenden Schuh dann dazu. Genau, das gucken wir uns jetzt mal an, was die Schuhe auszeichnet und vor allen Dingen auch, welcher Schuh für welchen Bedarf der richtige ist. Weil du hast angesprochen, jemand, der mit den Schuhen viel auch zu Fuß unterwegs ist, der wird keine Rennradschuhe brauchen, weil die nicht wirklich bequem sind, damit rumzulaufen. Richtig, richtig. Bei den Road-Schuhen haben wir die Thematik, dass die Sohle bei den hochwertigen Modellen aus einer Carbon-Sohle dann besteht, bei den günstigeren Modellen aus einer Nylon-Glasfaser-verstärkten Sohle dann. Die, wie du gesagt hast, definitiv nicht für lange Wanderungen gemacht sind, sondern für den richtigen Rennsport, dass du aktiv auf dem Rennrad sein kannst. Dafür sind die Schuhe dann gemacht und wie gesagt nicht für lange Gehpassagen. Genau, und du hast dir mitgebracht einen S-Fire. Ich glaube, das ist eines der Top-Modelle, das auch gerade vom Weltmeister gefahren wurde. Und der hat eine wahnsinnig steife Sohle und es gibt bei Shimano den sogenannten Steifigkeitsindex, mit dem ich dann sehen kann, wie steif eine Sohle wirklich ist. Korrekt, ja. Der Top-Schuhe hat dann auch, wie du schon gesagt hast, den höchsten Steifigkeitswert in unserer Tabelle, was die Steifigkeit aussagt. Und ist eine voll durchgängige Carbon-Sohle, die die höchstmögliche Steifigkeit dann anbietet. Genau, also abrollen oder so ist mit dem dann nicht mehr möglich. Also der will wirklich auf dem Rad gefahren werden und sonst eigentlich gar keinen Bodenkontakt haben. Sag mal was zum Verschluss von den Road-Schuhen, weil das ist ja was, was man nicht nur im Road-Bereich findet. Man sieht zum Beispiel auch hier, das ist der BOA-Verschluss. Korrekt. BOA-Verschluss jetzt, also wir sprechen da von einem Schnellverschlusssystem, das mit einer Spule und mit einem Seil funktioniert. Die Spule zieht das Seil in die Spule auf und dadurch wird der Schuh am Fuß dann fixiert. Wir haben beim Top-Modell den BOA zwei Spulen verbaut und die Spule erlaubt auch in beide Richtungen zu justieren. Das ist bei der günstigeren Variante sind es dann andere BOAs, da ist es nicht möglich. Beim Top-Modell ist es möglich, aber es ist für jeden Fahrertyp dann etwas mit im Portfolium dabei. Genau. Und was bei den Road-Schuhen auch der Fall ist, sind halt die SPD-SL-Kleads, über die wir schon mit Philipp gesprochen haben. Das sieht man, wenn man den Schuh sich dann von unten anguckt. Also das sind speziell dann die großen Schuhplatten, die man für das Rennrad benötigt, um da maximalen Halt zu haben. Korrekt. Korrekt. Wie der Philipp dann im Beitrag davor schon gesagt hatte, es gibt diese drei verschiedene Gliedarten, die auf den Schuh draufpassen. Es gibt aber, also alle unsere Road-Schuhe sind dann für SPD-SL ausgelegt. Es gibt aber auch einen Adapter, der erlaubt, mit den Road-Schuhen auch eine SPD-Gliedaufnahme zu benutzen. Okay, das klingt praktisch. Das Ding sieht jetzt sehr, sehr schmal aus. Ich bin ja jemand, der recht breite Füße hat. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, wenn mir der Schuh zu schmal ist? Du musst dir keine Sorgen machen mit der Passform. In unsere Road-Schuhen, Cross-Country-Schuhen und in den Gravel-Schuhen ist die sogenannte Dynalast verbaut. Was verbirgt sich hinter Dynalast, ist eine eigens entwickelte Leistentechnologie von Shimano, bei der Shimano versucht hat, die Schuhe für möglichst viele Menschen passfähig zu machen. Und hinter Dynalast verbirgt sich dann noch, dass es die Schuhen in drei verschiedenen Breiten dann gibt. Einmal die Standardbreite, einmal eine weitere Breite oder eine breite Leiste. Genau, eine breite Leiste. Und als dritte Variante gibt es dann noch eine frauenspezifische Damenleiste. Das gilt für alle Road-Schuhe, die gibt es immer in drei Versionen. Korrekt. Und auch für die Mountainbike-Schuhe, also für die klassische Cross-Country-Schuhe, die XC-Kategorie und in den Gravel-Schuhen ist es noch mit verbaut. Wobei wir in den Gravel-Schuhen nur die Standardbreite und die Damenvariante anbieten. Jetzt haben wir über die Breite der Schuhe gesprochen, reden wir über die Länge. Also ich habe da keine Probleme mit meinen Schuhgröße 42, aber was ist denn, wenn ich große Füße hätte? Bis wohin geht es denn? Welche Größen gibt es überhaupt? Also in der Standard-Range bewegen wir uns bei den Herrenmodellen oder wir sprechen bei den Herrenmodellen immer von einer Unisex-Variante. Da haben wir in der Standard-Version von 38 bis 48 die Schuhe im Angebot und in der breiten Variante von 41 bis 47. Wir haben aber auch einige Modelle, wo wir auch extra für Leute mit großen Füßen nochmal was bis zur Größe 52 dann sogar anbieten. Okay, wow. Also da sollte dann tatsächlich jeder fündig werden. Jetzt haben wir viel über Road gesprochen. Jetzt gibt es auch Zuschauer, die sagen, Road ist gar nicht mein Ding. Ich bin auf dem Mountainbike unterwegs und da hat Shimano natürlich auch Schuhe. Lass doch mal zum nächsten übergehen und erzählen wir mal, was jetzt genau der Unterschied ist, den ich vielleicht noch gar nicht sehe. Weil klar, offensichtlich sind das halt komplett verschiedene Schuhe, aber da steckt ja auch eine andere Technologie dahinter. Genau. Also grundsätzlich müssen wir uns erstmal die Sohlen dann anschauen bei den Mountainbike-Schuhen. Da gibt es einmal die Variante für die SPD-Gliedaufnahme und einmal die Variante mit den Flat-Pedal. Wir sprechen jetzt hier bei diesem Schuh von der SPD-Aufnahme. Da sieht man auch hier unten schön den Pedalkanal, wo der Schuh dann auch eingeklickt wird. Und bei der Variante hier seht ihr, dass es ja eine komplette flache Sohle hat, wo keine Aufnahme da ist für die Pedalklids. Genau. Und wir sehen es auch direkt an der Sohle. Die ist natürlich bei den zwei Modellen viel, viel flexibler als beim Road-Schuhen. Da kommt dann wahrscheinlich kein Carbon zum Einsatz. Richtig, richtig. Wir haben bei beiden Schuhen die neue Entwicklung von der Alt-Trade-Sohle. Die Schuhe sind jetzt neu auf den Markt gekommen. Einmal die Gravity-Enduro-Variante mit der SPD-Aufnahme und einmal die Variante für das Flat-Pedal, die sogenannte GF-Kategorie. Und ein weiterer Vorteil von den Schuhen bzw. für den Einsatzbereich ist dann auch die EVA-Mittelsohle. Da ist einfach nochmal eine Dämpfung drin, die die Schuhe dann perfekt für den Einsatzbereich, wo man die Schuhe dann benötigt, auch dann perfekt umgesetzt werden können. Und das heißt dann gerade Downhill, aber natürlich auch mal einen Trail wieder hochlaufen eventuell. Genau, genau. Also man ist mit denen auch zu Fuß ganz gut unterwegs. Richtig. Da kommen wir dann wieder auf die Alt-Trade-Sohle zurück. Alt-Trade ist auch eine eigens entwickelte Gummi-Mischung für die Außensohlen von Shimano. Und speziell jetzt bei den neuen Schuhen ist eben wie von dir angesprochen darauf geachtet worden, dass die Schuhe auch abseits vom Fahrrad perfekten Halt auf nassen Untergründen dann haben. Wenn man jetzt irgendwie im Trail dann mal vom Fahrrad runter muss und auch am Berg anhalten muss und dann wieder, um loszukommen, schieben muss, dann haben die Außensohlen einen perfekten Grip auf rutschigem Untergrund. Wir haben jetzt bei dem Schuh auch nochmal einen Boa-Verschluss. Bei dem haben wir jetzt Klett und Schnürung. Haben wir schon mal drei gesehen. Gibt es noch eine vierte, die wir jetzt nicht auf dem Tisch stehen haben? Ja, wir haben neben der klassischen Schnürung und dem Boa-Verschluss oder auch der klassische Klett, hier in der Mitte haben wir beide Varianten zwischen klassischer Schnürung und Klett-Verschluss. Und als vierte Variante bieten wir auch noch einen Schnellverschluss als Schnürsenkel an, das sogenannte Speed Lacing, das man dann auch von den klassischen Trail-Running-Schuhen aus dem Auto-Bereich kennt. Genau, ähnlich wie Boa, nur dass man nicht dreht, sondern zieht, aber es wird auch dann zentral quasi festgezurrt und der Schuh sitzt dann gut am Fuß. Korrekt. Der Schuh hier hat noch eine Besonderheit und das ist das Obermaterial. Also ich finde ihn erstmal sehr, sehr schick und hier vorne steht Gore-Tex drauf. Das bedeutet was genau? Also Gore-Tex ist soweit auch bekannt aus dem Autobereich, aber auch aus dem Fahrradbekleidungsbereich. Ist einfach ein wasserdichter Schuh. In dem Fall ist der Innenschuh dann auf Gore-Tex aufgebaut. Das heißt, wenn von außen Wasser draufkommt, ist dieser Schuh dann auch wasserdicht, da die Gore-Tex-Hülle auch mit der Innensohle dann komplett verklebt und vernäht ist. Genau, das macht den Schuh natürlich nicht nur für Mountainbiker interessant, sondern auch, so wie er aussieht, auch für Pendler, würde ich zum Beispiel sagen, die auch über schlechten Wetter-Memorat zur Arbeit fahren. Genau, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist dieser Schuh dann auch als Flat-Pedal-Schuh ausgestattet und dadurch braucht man nicht zwangsläufig die Klick-Verbindung zum Pedal, sondern kann ihn auch ganz normal auf Käfigpedalen fahren. Wir haben jetzt über Road und MTB gesprochen. Es gibt natürlich noch weite Kategorien, von denen haben wir jetzt gerade keine Schuhe auf dem Tisch stehen, weil sonst viel zu voll werden würde. Welche Kategorien gibt es denn noch? Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch die klassischen Touring-Schuhe, für die Shimano bekannt ist, die wurde jetzt auch überarbeitet, nennt sich jetzt Explorer-Kategorie. Da befinden sich dann alle klassischen Touring-Schuhe, darunter von Stiefel bis zum Sneaker. Dann haben wir noch eine Art Wanderschuh, den es bei Shimano noch gibt, der aber auch jetzt über den EX-Bereich nochmal neu aufgelegt wird, einfach um einen leichten Stiefel dann auch anbieten zu können, auch in Richtung Bike-Packing oder auch Wandern, Fahrradwandern. Genau, dafür ist der Schuh dann perfekt geeignet. Sonst bieten wir noch Gravel-Schuhe an und spezielle E-Bike-Schuhe haben wir auch noch im Programm. Das muss man sich noch erklären. Spezielle E-Bike-Schuhe, was ist an denen besonders? Was unterscheidet ein E-Bike-Schuhe von einem Bikeschuh? Die Frage bekommen wir tatsächlich sehr, sehr oft gestellt. Der hauptsächliche Vorteil von unseren E-Bike-Schuhen ist für den Verbraucher leider oft nicht sichtbar, aber wir haben viele Erklärvideos und auch Technologien als Abbildungen, die zeigen, wie der Schuh im Querschnitt dann ausschaut. In dem Schuh ist die sogenannte Power-Transfer-Blade dann verbaut. Es ist eine Zwischensohle, die verhindert, dass die Achillessehne nach hinten abknickt, wie es eventuell bei einem klassischen Laufschuh passieren könnte, wenn man den zum Fahrradfahren anzieht. Durch diese Power-Transfer-Blade ist der Fuß sauber fixiert im Schuh drin. Du hast einen stabilen Halt, die Achillessehne wird unterstützt. Dadurch ermüde die Muskulatur weniger und du hast dadurch eine effizientere Kraftübertragung aufs Pedal und kannst dadurch natürlich auch deutlich länger beschwerdefrei Fahrradfahren. Okay, das klingt plausibel. Was es auch gibt, was ich jetzt gerne tatsächlich auf dem Tisch stehen gehabt hätte, es gibt auch Sandalen, auch mit SPD-Aufnahme, oder? Korrekt, auch das ist so ein Klassiker von Shimano, der tatsächlich oder meines Wissens nach so von keinem Mitbewerber angeboten wird. Einfach eine klassische Sandale aus Kunstleder, die dann auch eine Vollgummisohle hat, eine stabile Außensohle mit einer SPD-Gliedaufnahme. Spannend. Wir haben jetzt ganz viel über Schuhmodelle gesprochen, die wir jetzt nicht gezeigt haben. Wo können denn die Zuschauer sich das online angucken? Stichwort Schuhpedalselektor. Korrekt. Im Schuhpedalselektor haben wir die Möglichkeit, alle Schuhe mit oder mit und über das perfekte Pedal zu finden, herauszufiltern. Und dass man zum Beispiel jetzt den Top-Sfire-Schuh, Straßenschuh nicht mit dem SPD-Mountainbike-Pedal fährt, sondern wenn man dort dann auswählt, Roadpedal, werden auch die klassischen Road-Schuhe dann dazu angezeigt. Genau, und so kann man online schon mal eine Vorauswahl treffen, welche Schuhe für einen in Frage kommen. Aber bei Fahrradschuhen wird es vermutlich nicht anders sein wie bei normalen Schuhen. Im Idealfall probiert man sie mal an. Das ist richtig. Und ja, auch da der Hinweis dann einfach auf den Fachhandel. Viele, viele Fahrradläden haben dann auch eine große Palette bei sich im Laden verfügbar. Und wie du gesagt hast, die Passform, man muss es einfach am Fuß spüren, ob der Schuh perfekt zum Fuß dann auch passt, weil es einfach viele unterschiedliche Fußtypen dann gibt. Aber wie vorhin schon gesagt, durch die Leistentechnologie sind wir da sehr gut aufgestellt und können vielen begeisternden Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen dann auch was anbieten. Genau, und so ist ja auch wieder jedem überlassen, welchen Schuh er zu welchem Fahrrad fährt. Ich kann natürlich einen MTB-Schuh, auch wenn ich möchte, auf dem Rennrad fahren. Wenn die Pedale passen, haben wir schon mal von Philipp gelernt, also Schuhe und Pedale müssen immer zusammen passen, aber ansonsten kann man kombinieren, wie man möchte. Das ist auch richtig, ja. Wie gesagt, also die einzelnen Schuhe sind dann auch perfekt auf die jeweiligen Kategorien, sprich Road, Mountainbike und Flatpedal, dann aufeinander abgestimmt. Dadurch, dass Shimano-Pedale und Shimano-Schuhe aus einem Haus kommen und die Entwicklung dann zusammenläuft, sind eben unsere Schuhe auch perfekt auf die Pedale dann auch mit abgestimmt. Ja, wunderbar. Also ich habe wieder was gelernt, die Technologien, die Leisten, die Verschlüsse. Den Schuh finde ich wirklich richtig schick, also den muss ich mir für den Winter mal vielleicht nochmal angucken. Timo, ich danke dir, dass du da warst und uns über die Schuhe erzählt hast. Dann haben wir heute wirklich eine schöne runde Sendung gehabt mit Pedalen, mit Schuhen, wie beide zusammenpasst, was nicht zusammenpasst und warum man sich für Shimano-Schuhe entscheiden sollte. Ja, sehr gern, vielen Dank. So, das war sie, unsere Schuh- und Pedalfolge. Ich hoffe, es sind keine Fragen offen geblieben. Wenn doch, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Wir lesen das und wir beantworten das auch auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, checkt online den Schuhpedalselektor. Wir verlinken das unten in der Videobeschreibung und ansonsten hoffe ich, dass ihr demnächst wieder einschaltet. Ciao.